Ein Blick hinter die Kulissen im Start zeigt die ganz besondere Einblicke unserer schönen Gemeinde. Herzlich willkommen hier am Bodensee. Mein Name ist Margot Trauber. Ich bin die Gastgeberin des Gästehauses zum Landessteg und des Gästehauses am Hennenbrunnen. Und hier sitzen wir am wunderschönen Ufer des Bodensees und genießen hier in herrlicher Aussicht das Panorama über den See. Unser Privatstrand ist für unsere Gäste hier eine Wohltat. Und sie genießen hier die Sonne, schmökern in einem Buch, drehen eine Runde hier im Wasser und sind einfach froh, hier den Alltag hinter sich zu lassen, sich zu entspannen und sich zu erholen. Wir stehen hier vor dem Gästehaus zum Landessteg und hier befinden sich unsere Ferienwohnungen. Wir vermieten seit 34 Jahren und genauso lange haben wir auch Stammgäste. Und da sind wir ganz stolz darauf. Unsere Ferienwohnungen werden jedes Jahr aufs Neueste aktualisiert und sind liebevoll eingerichtet. Die Größe der Ferienwohnungen befindet sich zwischen 48 Quadratmeter und 75. Vor einigen Jahren haben wir das Bauernhaus und Gästehaus am Hennenbrunnen von meinen Schwiegereltern übernommen. Wir vermieten hier ausschließlich einfache Doppelzimmer mit Dusche, WC sowie Einzelzimmer mit Frühstück. Unsere Terrasse sehen Sie im Hintergrund. Hier können wir am Abend nach einem langen Arbeitstag in geselliger Runde mit unseren Gästen ein Gläschen Wein oder ein Bier uns genehmigen. Unser Motto ist Obst und Urlaub. Und bei uns finden Sie nicht nur frisches Obst, sondern auch selbstgebranntes und Marmeladen. Deshalb finden Sie uns auf der Internetseite unter obstundurlaub.de. Ich, Margot Rauber und mein Mann Kalle freuen uns, wenn Sie uns hier in Immenstadt besuchen und heißen Sie herzlich willkommen bei uns.